2008, 636 Fälle wegen Körperverletzung. In 615 Fällen wurde das Verfahren eingestellt, in 0 Fällen kam es zu einer Verurteilung. 2011, 2012, Hamburg. 300 Verfahren gegen Polizeibeamtinnen wegen Körperverletzung im Amt. 100 wurden ohne ermittelte Täterinnen eingestellt. 0 Beamte wurden verurteilt. 2011, 1750 Beschwerden. Erste Halbjahr, 2012, 650 Beschwerden. Bundesweite Schätzung pro Jahr, ca. 2000 Anzeigen gegen Polizistinnen, etwa 3% der Fälle wären angeklagt. 2010, 2133 Fälle rechtswidriger Gewaltausübung. In 63 Fällen Anklage erhoben. In 93% der Fälle wurden die Verfahren eingestellt. Ausatmen. 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 Ausatmen.